Hallo ihr Lieben, ich habe heute 7. September 2023, zweite Mal Sitzung mit meiner Kundin in Lothurn, Venice, Sylt. Die Borema, das ist eine wundervolle Methode, wo ich am Wochenende Inspiration von Cornelia weiß. Ich liebe, dass ihre Art und Weise zu arbeiten und die wichtige Harmonieprinzip in 8 Prinzip hier, dann kann ich langsam Stück für Stück für euch vorlesen. Keine Beurteilung, ich freue mich auf dich.